Olszewski, Roman. Nationalität? Pole. Und, warum möchten Sie Anzeige erstatten? Hat man mir geklaut mein Auto? Was los? Entschuldigung, es ist nur ein Pole, dem man das Auto geklaut hat. Egal. Haben Sie schon irgendwelche Hinweise auf den Täter? Nein. Haben Sie schon mal bei Ihren Bekannten in Polen nachgefragt? Vielleicht haben Sie ja. Na ja, waren in dem Wagen noch irgendwelche persönlichen Besitztümer? Persönliche was? Na ja, Sachen, die Ihnen gehören. Tasche, Hut, ein Brecheisen. Jetzt kommt es aber genug. Willst du damit sagen, dass jeder Polis ein Dieb? Schon gut. Tut mir leid. Die dummen Vorurteile, Sie wissen schon. Hier, Sie müssen nur noch einmal unterschreiben. Also. Nehmen Sie meinen. Auf Wiedersehen. Was? Ach, nichts. Bin noch mal kurz weg. Mir einen neuen Kuli kaufen. Wo ist denn mein Portemonnaie? Und meine Schreibmaschine? Heinz, hast du?